hallo leute heute haben wir den zweiten dezember und wir öffnen heute das zweite türchen aus dem adventskalender von levo city 2 2 melde dich bitte im baum hier das schönes kleines zum baum so erzählt doch mal was sinnvolles zu dem kalender 24 ihr merkt dass er um schläge bettet ja habt ihr das jetzt mitbekommen so geht man mit alten leuten bis dahin bescheid sollte was sinnvolles sein so uvp 2699 ist die artikelnummer 60381 von levo aus der city reihe hat 258 teile und werden noch haben wir haben 1499 gekauft bei alternate gibt dann auch noch bei anderen dann aktuell findet der preis gerade jetzt am anfang der weihnachtszeit also der adventszeit wird da wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger weil er raus muss auch im leben raus muss er die wunde ist das schräg dran noch ja ich weiß auch warum ein teil ist über das tun wir alles in der extra tüte die übrigen teile ja und dann haben wir hier ein hinweisschild wo es den weihnachtsmann mitschnitten gibt so na komm schönes teil gedruckt sehr schöner druck gefällt mir ich frage mich zwar warum es zu mir zeigt aber aber du weihnachtsmann bist das schild für klemmziele hatten sie noch nicht fertig ja dann tue ich das auch wieder rein ja ja leute dann kann man das da hinstellen dann weiß man was lang geht oder so schreibt es in die kommentare was ihr davon haltet und naja wie gesagt das war es für heute und wir verabschieden uns mit wir sehen uns am dritten advent nicht am dritten advent am dritten zwölften genau der dritte das dritte türchen sagen ich bin auch fertig ja das ist eine idee morgen schön schön